Servus meine Freunde, da bin ich wieder, euer Grolsch von Farbensturm Berlin. Ja, wir waren am 19.10. wieder in Camp Heidekrog. Ich habe allerdings die ersten zwei Runden mitgespielt, inklusive Hin- und Rückrunde, weil ich einen Razer einstellen wollte. Also auf Entfernung, hier quasi mit dem Rädchen hier und dann, ich weiß nicht, wie das jetzt hier gab, Geste und dann verändert sich die Neigung. Und dabei ist mir was ziemlich Blödes passiert. Und ich habe natürlich wieder intim für ein Lacker gesorgt. Mein Holesan Ames oben drauf geschraubt, geschossen. Und ich wollte eigentlich nur in der Horizontalen ein bisschen anpassen. Und ich habe das Rädchen für die vertikale erwischt und habe die ganze Zeit dann rumgeschraubt. Und habe mich langsam denn irgendwann geärgerte, warum das Ding überhaupt nicht funktionieren wird. Ich habe es schon gedacht, dass das Ames wäre geschrott. Nach geschlagenen 4 Fallen Mags mit First Strike habe ich dann festgestellt, dass ich Trottl an der falschen Schraube drehe. Und wenn man an der falschen Schraube dreht, dann kommt natürlich nicht das raus, was man gerne haben möchte. Und ja, als ich den Fehler gefunden hatte, der dann vor oder an der Schulterstütze sitzt, dieser Fehler, konnte ich das dann ganz schnell beheben und dann hat es auch funktioniert. Also, nicht nur aufpassen, welche Schlosser man an den Waffenkoffer schraubt, sondern auch welche Schräubchen man am Brett dort dran rumschraubt. Ja, also wie gesagt, die Jungs haben zwei Spiele gemacht. Ich habe dann nur bei dem dritten mein erstes und dem vierten meinem zweiten mitgespielt. Und ja, das Ergebnis seht ihr jetzt gleich. Für mich persönlich nicht besonders erfolgreich. Ich habe reichlich auf den Deckel bekommen und auch reichlich Farbe. Aber so ist das ja normal. Und wenn es nicht läuft, wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du einfach Scheiße am Fuß. Dann läuft es einfach nicht. Ansonsten war ein cooler Tag. Er hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, war auch ein super Wetter. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Haut rein, bummel ich so. Und wir sehen uns auf dem Spielfeld. Ciao. Okay, Leute. Spiel 1. Eigentlich schon Spiel, keine Ahnung. Ich habe die ersten beiden Hin- und Rückrunden komplett versaut, weil... Was heißt versaut? Ich habe einen Razor eingeschossen. Also mein Spiel 1. 18. 10. 24. Camp Heidekrug. Meine Wenigkeit spielt mit dem Blauen zusammen. So, let's rock. Besser ist auch, dass keiner gefilmt wird. Aber du hast ja in deinem Video erwähnt. Ja. Das von heute erzählst du aber auch, wa? Na klar erzähle ich das. Da meldet sich Firstfake dann gleich bei dir. Wir haben da ein Abo-Angebot für Sie. Wenn sie so viel Einsteiger schießen, wie wir haben, wie wir wollen. Passend? Ja, die Lüftung. Ja. Halt schön die Klappe. Wenn sich das rumspricht, erst mal zum Scope einschießen. Ich springe, wie gesagt, gegen Helm. Aber ich finde, optisch springst du immer noch besser. Ja, natürlich. Das ist deutlich besser. Aber irgendwie... Hm. Okay. Spiel eins startet. Musst du jetzt warten, bis das andere Team runter ist. Und... ähm... zwei Respawns, seht ihr da? Zwei. Respawn wo? Insgesamt drei Leben, zweimal Respawn. Äh, na... Ja, ist doch da hinten begrenzt, ne? Ja, nach hinten ist es begrenzt. Da hinten ist doch begrenzt, da hinten. Ja, da ist der Zaun denn. Ja. Na, da, wo er startet. Ich startet ja hier hinten mittig irgendwo, oder? Gut. Da ist immer da drüben und immer da drüben. Ja, und Respawn ist am Start halt. Okay. Ja, also versuchen nicht unbedingt in den Start zu feuern, wenn man halt nah dran ist. Und dann, ja. Das sind mehrere Versuche. Okay, ready? Also, ich geh nach rechts. Super. Ja, weg von mit. Dann drei, zwei, eins, los! Go! Erstmal ganz vorsichtig. Und dann erstmal auch Feuer schalten. Okay. Zwei sind auf jeden Fall auf der rechten Flanke. Klasten. Ja. Die Richtung mindestens zwei Mann. Ja, ja. Ja, ich hab ihn gesehen. Komme ich aber von hier aus nicht dran. Es sind zwei, glaube ich. Also von links guckt jetzt auch einer durch. Ja, ich sehe die Füße von denen. Genau. Das reicht von hier aber nicht. Verdammter Dreck. Da ist immer ein Baum im Weg. Verfluchte Scheiße. Ja, ich hab ja genug Ammo. 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 Wie ist das? Ja, ich hab ja elektronische Band commands. in dem haus davon oder 3 2 1 los Thomas hat sowas mitbekommen, dass vor dir in dem Haus oben auf dem Berg, dass da zwei Wannen drin sitzen. Also ich würde sagen, der ist im Haus. Thomas von Woh. Okay. 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 Das sind ja auch 10 Dinger alter Ist der im Bunker drin oder wo ist der? Das ist ja auch 10 Dinger. Das ist ja auch 10 Dinger. Das ist ja auch 10 Dinger. Ich hab dich gewohnt, ey. Ich hab dich schon an sich nicht. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.